So Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich habe ja erwähnt, dass ich eins mache, haben zwar nicht wirklich viele mitbekommen. Aber vor einer Stunde habe ich das ca. gesagt, weil ich das noch geändert habe, konnte ich nicht machen. Ja, und zwar wollte ich nur mal loswerden, dass ich jetzt Half-Life 1 und 2 momentan, let's play, ähm, es ist ja sozusagen, let's, äh, hier, was wollte ich nochmal sagen? Ach genau, letzte Info, aktueller Stand oder irgendwas in der Art. Ähm, ja, dann wollte ich noch sagen, Nebenprojekte werden Let's Show, Trackmania My Levels sein und Let's Show Wasso, die werden ja ab und zu mal mal so kommen. Ähm, da wollte ich eigentlich, eigentlich noch sagen, äh, dass ich jetzt doch vielleicht HD, äh, hochladen könnte, weil ich habe jetzt so circa rausgefunden, wie meine Videos HD werden und nicht zu groß sind und so. Das habe ich jetzt einigermaßen gut geregelt. Ähm, es kommen heute noch zwei Videos, zum Beispiel... Ich spiele... Verkackt. Fail. Okay, zum einen, Let's Play Half-Life, hier, wie ihr seht, 1280 mal 720 Pixel, das ist... Ja, 720 Pixel. HD. Ähm, und das ist nur für 8 Minuten, äh, da waren wir es. Na egal, wird es nicht angezeigt, ist auf jeden Fall 8 Minuten lang und ist 111 MB groß, bloß mir fällt gerade auf, dass das hier oben, ähm, hier Dingenskirchen, oben Rand ist, na egal, wird schon irgendwie klappen. Das war nur so eine Art Testvideo hier, ähm, jo, hab ich sonst noch was zu sagen, ich glaube, ähm, die Auflösung Ende des Monats hier auf dem Glade losers, woab ich eins so Commun ваш der Karte surface 1959 Du kannst mir so benutzt,